Und, himmlischer Vater, hilf uns niemals zu vergessen, dass du kein Gott bist, der weit weg ist. Du bist immer nur ein Gebet entfernt. Amen. Ey! Ein Snack für später, Charlie. Danke, Mr. Müller. Diese Kekse sind der Grund, wieso ich mich jeden Morgen anstelle. Äh, bis auf Ihre Predigt natürlich. So ist es, Sie geben das wenige Essen weg, das Sie haben. Ich bin sicher, Gott wird liefern, Edna. Schließlich braucht Charlie auch sein Abendessen. Nun, Mrs. Müller, ich glaube, was er wirklich braucht, ist ein gutes Bad. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe gerade etwas Zeit dafür. Aber ich nicht. Nochmals vielen Dank und bis morgen früh. Ich wünschte, wir könnten mehr für Kinder wie Charlie tun. Ich auch, aber es gibt Hunderte wie ihn, die versuchen, auf der Straße zu überleben. Wir tun nur, was wir können. Apropos, wir haben heute wieder einen sehr vollen Tag. Die Drucker sind bereit mit den neuen Bibelhandlungen. Wir müssen die Abhandlungen an einige der Vertriebe senden. Dann werden wir in der Kirche erwartet, um die neuen Konvertiten zu unterrichten. Ich werde da sein. Und habe ich es dir gesagt, George? Gestern haben wir sechs Einladungen erhalten. Oh, Henry, wir können dankbar sein, dass Gott unsere Bemühungen segnet, sein Königreich zu unterstützen. Ich bin mir sicher, wenn Gott möchte, dass wir mehr für Kinder wie Charlie tun, wird er es uns sehr deutlich zeigen. Ich bin mir sicher, dass wir mehr für Kinder wie Charlie tun haben.